Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica Neue Aufnahme Session Vielleicht noch eine kleine Aufnahme Session, ich weiß es noch nicht so richtig Ok, erstmal wieder reinkommen Was haben wir denn alles hier? Haben wir schon ein bisschen Zeugs gehabt Wir wollten... Hast du mich überlegen, wir wollten... Ich wollte bauen Ich wollte eigentlich bauen, stimmt Ich wollte bauen, allerdings... Also, in Vorbereitung wollte ich bauen Allerdings brauchen wir viel Krimskrams noch dazu Ich überleg grad, wie wir das jetzt nun machen eigentlich Wir könnten, ne? Wir könnten direkt hier theoretisch eine Treppe machen Mal gucken, ob das geht Mal gucken, ob das geht Wir brauchen noch unsere Motte wieder Wir müssen den Blueprint wiederfinden Wir brauchen den Blueprint wieder Äh, das hier Hier so oben Ja, genau so Hatte ich das nämlich gedacht Genau so Hatte ich mir das nämlich gedacht Und da hätte ich dann die Leiter gehabt Ähm... Minus 1 HP Wir brauchen Silikon-Gummi Wir brauchen das Silikon-Gummi Ich will mal gucken, was ich grad wieder hab Ähm... So... Ähm... Ja... Mal gucken... Ähm... Nein... Okay... Für das Silikon-Gummi braucht es wir... Ich will mal kurz gucken... Langsam ein bisschen... Okay... Unser Inventor ist recht leer Wir können also... Farmen gehen Lass mich kurz mal gucken... Batteriecharger, da braucht man noch einen Computerchip Dafür braucht man Silber Jetzt weiß ich so wieder in etwa Wo wir waren Ich tu mal eben Den möchte ich nicht mitnehmen In der Richtung Wacke, glaube ich Ich bin da echt einer Ähm... Hier müsste doch ein großes Feld gewesen sein Ja, genau Ja... Ich brauche da immer was zu essen Habe ich noch was mit Was zu trinken habe ich mit Okay, was zu essen brauchen wir noch Wir könnten auch mal in der Folge Wir könnten eigentlich mal Zu den Inseln wieder gehen Also eigentlich könnte man wirklich zu den Inseln mal wieder gehen Halt, es ruckelt Halt, es ruckelt Nehmen wir noch was mit So ein paar Büschel nehmen wir mit Dann können wir uns nämlich auch wieder Selbstständig was anpflanzen Und das wäre mir lieb Da haben wir uns so ein Essensproblem nicht mehr Vielleicht machen wir das mal in der Folge jetzt Mal gucken Äh, wo ist denn... Ach dort... In der Richtung Dort hinten Dort... Man sieht das immer so angedeutet Dort auch In diesen dunklen Wolken Da stehen ja die Deuten Das immer so... Irgendwie hängen die... Irgendwie hängen die Wolken immer an den Inseln fest Da können wir doch mal hingehen Dort war das glaube ich, wo diese Station war Nehmen wir uns ein paar HP-Teile mit Und dann... Können wir machen Können wir machen Dann scannen wir dort was das Zeug hält Es wird eine Weile dauern, um von ANRB zu kommen Weil wir immer an der Oberfläche bleiben müssen Aber das denke ich, das kriegen wir hin Wieso trifft dich weg? Hallo? 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 Wieso? Hallo? Wieso? Wieso? Können wir... Können wir... Theoretisch... Zwei neue Shots bauen Was unsere Station Eine gute Stabilität geben sollte Und dann können wir obendrauf anfangen das zu bauen und so Willkommen, Kapitän Willkommen zu Hause, Kapitän Willkommen zu Hause, Kapitän Hier hätte ich noch gerne einen Shot Hier hätte ich noch gerne einen Shot Gehabt Hier so So Na, Höhenintimität Nimm zu Sehr gut Sehr gut Sehr gut Äh, zu hier Ähm Wir gehen mal Wir gehen mal Warte mal Habe ich noch? Was brauche ich für so einen Glasgang? Zwei Glas Habe ich noch zwei Glas? Weil der Gang dortnüber soll ja auch wieder aus Glas werden Dort oben soll dann halt so... So Filtrierung und so, ne? Also Wasserfiltrierung So Ach ne, ich dachte schon, das wäre Okay, wir brauchen auch Titan wieder Ein bisschen Farmen gehen können wir also auch Da, 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 da Dann gucken wir uns mal auf der Insel jetzt noch alles finden Da bin ich mal gespannt So habe ich das gedacht, sag mal nämlich die Verbindung dort auch Äh Äh Das macht mir nicht gleich inseln nie da Das macht mir nicht gleich inseln nie da Ja, das ist zu riskant Das ist ein bisschen zu riskant Das ist ein bisschen zu riskant Ich lege kurz irgendwann mal das Fenster gerade Ich lege kurz irgendwann mal das Fenster gerade Halt, 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 halt Halt, 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 jetzt Genau Jetzt können wir so irgendwie noch einen Shot reinmachen Das passt nämlich Zack Halt, dann Und weava Leck Fischis geht's gut Fischis geht's gut Fischis geht's gut So, wenn wir jetzt noch Titan haben Und das haben wir Okay Jetzt können wir nämlich hier hoch Ich kann hier nochmal die Tür reinmachen Sehr gut Es läuft ganz gut Bis jetzt passt alles sehr schön Wir brauchen auch Lithium Dass wir uns Diese verstärkten Wände machen können Die kriegen wir auch von der Insel Also wir werden mal echt zu innen gehen Wir werden mal Ich möchte nicht mehr Glas machen Jetzt mit Glas arbeiten Wir können jetzt hier überall Endlich noch ins Tropf setzen Natürlich Hier nicht Aber Hier auch nicht In die Richtung kann man noch um ihn gehen Mal gucken Okay Was haben wir jetzt noch drin Nicht viel Ich würde sagen Wir legen das ab Wir müssen uns noch im Fisch Wollen uns was zu trinken Und dann geht's los Richtung Insel Das Fenster habe ich jetzt abgebaut Ich lasse es mal erst mal abgebaut Ich habe zwei Messer Haltbarkeit Haltbarkeit 0 Okay Ich nehme das was noch was Aber es hält mit Das muss sicher Forse Safety Was zu trinken haben Ich glaube in Unsere Rettungskapsel noch Es gibt ja auch ein Bett Wie ich gehört habe Und ganz ehrlich Ein Bett fände ich cool Ein Bett wäre echt cool Die stellen uns gut zu Gesicht Ich gucke auch noch Fischen Was zu essen wäre nämlich gut Hier Wir werden So schnell wie es geht Dann halt auch umsteigen Auf jetzt Oh halt kommst du Hallo Gut Haben wir schon mal zwei Fische Was zu trinken gehabt Wir haben wir denke ich noch hier oben Hier essen Putzeln So Das putzeln wir auch Und dazu gucken wir mal Was zu trinken haben Ein schönes Wein Ein schönes Weißwein Nehmen wir das mit hier So Jawohl Da würde ich sagen Wir Saven das Ganze So Wo ist es denn die Insel Dort ist ein Schiff Das heißt die Insel ist dort Und das ist dann auch Sehr tiefes Gewässer Habe ich noch eine Batterie mit Habe ich überhaupt noch eine Batterie Ich gucke das mal kurz Hier ist nämlich keine mehr Wir machen uns noch eine Batterie Zur Sicherheit Ich glaube zwei brauchen wir da ne Für die Batterie Und dann machen wir uns auch zur Insel Dann können wir dort auch denke ich Ich hoffe dass wir auch Lithium kriegen Ah ich dachte wir kriegen da Lithium Na Batterie machen Dann holen wir uns Lithium für verstärkte Wände Dann können wir unsere Base auch im großen Stil ausbauen Da ist es Das heißt In der Richtung müsste die Insel eigentlich sein Hinten irgendwo Okay das kann ja mal dauern Wir können natürlich den Speeder nehmen Allerdings Ist ja Ist vielleicht nicht so gut Für den Rückweg wäre es vielleicht wichtiger Wir nehmen mal jetzt hier unterwegs nichts mit Maximal was zum Scannen ist erlaubt Ja Aber das wird jetzt gleich so tief werden Dass wir eh nicht mal zum Scannen kommen Dauert ganz schön Wir werden ne Weile brauchen besonders drüben sein Ich denke mal in der nächsten Folge einfach im nächsten Krieg werden wir da drüben sein Nach acht Minuten Das könnte da hinkommen Bei dem Tempo was wir gerade haben Ja weil die Seemotte noch nicht Wir haben halt die Seemotte noch nicht Wir brauchen es nur so Wir brauchen echt Silber Ich bleib jetzt mal oben ehfach Wir machen das mal ganz easy So Da 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 Wenn wir Silber haben können wir uns dann auch Die Andockbucht bauen Da müssen wir im Endeffekt bloß noch Ich sehe es übrigens schon Da oben Und da oben Das sind Dort oben finden wir Da oben sollten wir Ähm Finden Und zwar Na wie sagen Wie jetzt hier die Die Pflanzen ne Und diese Diese Glaskuppel Die sollte man dort oben finden Theoretisch Theoretisch sollten wir die da oben finden Seht ihr Und so ein Gewächshaus Brauchen wir ja auch noch Ne also noch ein Gebäude Wir sind aber gleich da So weit ist es Gorn mal weg Die werden schon recht groß Die Glaskuppel Mal gucken mal was da alles jetzt zu holen gibt Das sind ja auch die Gegner gewesen So ist es gleich da Wo konnte man drauf Dort irgendwo ne Sind wir glaube ich an Land gegangen Ich weiß es aber nicht mehr Oh Gott Ich habe Gerade Jetzt ist es gerade schon wieder Ich habe gerade ein mega ungutes Gefühl Weil ich weiß Unter uns ist es jetzt gerade Übelst tief Es ist übelst tief unter uns Und ich habe richtig Panik Das ist so Oh Gänsehaut Wenn ich jetzt die Kamera anhätte Könnte ich zeigen Meine Augenraue machen gerade eine Demo Ich glaube ganz da oben in dem Haben wir das auch gefunden gehabt Die Pflanzen und so Die Frage ist Wie kommen wir da hoch Ja dort gerade hinkam Und wir betroffen da Mal gucken Müssen wir mal gucken Schwebt das dort links Ach ne gut Ah der Bergbaut schon Alles klar Wenn sollte Es dann Nacht werden Hier wenn wir auf der Insel sind Wenn wir irgendwo safe stehen Und die Folge ist zu Ende Ja ich die nächste Folge Nicht unbedingt bei Nacht beginnen Da werde ich kurz warten Bis wieder Tag ist Das wäre vielleicht nicht schlecht Ich habe Angst dass wir irgendwas hören Irgendwas was wir nicht hören sollten Irgendwas gefährliches wieder Jetzt baut sich schon alles auf Hier ist schön Ich muss aber gucken wie immer wieder hochkommt Ich weiß es nicht mehr Ich glaube hier am Strand gab es Lithium War das ja Hier ist Salz Das ist Salz Das ist Salz Ich glaube Nicht recht sondern wir sind da durch Da hinten lang oder Was sind wir hier durch Ich habe kein Lithium gefunden Das ist so Ich habe da am Strand Gibt es welches Nee ich bin wir sind hier lang Ah schau noch mal Hier hinten ist ja auch was Ah ja 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 Hallo nicht runterfallen Oh Gott nicht runterfallen Nicht runterfallen Hier hinten war ja auch was ne Ich dachte es Ja was gewesen Ja Sind hier die kleinen Böses Aus dem Beetkasten Das ist so Ein Innenbeetkasten brauch ich auch noch Ein Innenbeetkasten brauch ich auch noch Hey, hey, hey. Hätten wir alles? Okay. Boah, zieht der jetzt aber schnell? Ist das normal? War das immer so schnell? Mist. Huh. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Wo ist der? Alter. Wieso treffe ich den nicht? Ist der da? Ja. Alter. So, gelassenes PDA. Schreibtisch. Können wir scannen? Ah, hier haben wir die lebenden Wände. Ja, die lebenden Wände. Oh, auf die freu ich mich. Auf die lebenden Wände sind klasse. Wo sind sie? Ja. Die sind wichtig. Die sind ganz wichtig für mein Design-Element im Geben. Also in der Station. In echt hätte ich das auch gerne in der Wohnung. So, bei lebenden Wände. So, kann man sich ja machen. Fände ich alles auch ganz cool. Scheinwerfer. Ach hier, gar nicht gesehen. Wie kam man hoch auf der anderen Seite? Aber wir können doch gleich hier oben rum. Über den Hügel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon hier sind. Stimmt, ich bin dann hier hochgehopst, weil ich dort hinauf wollte. Zu den Teilen. Alles klar. Das kriegt man aber, denke ich, ganz gut hin. Okay. Wie fällt das um hier? Geht man doch wenigstens... Hallo? Ähm. Wir können aber schnell hinhocken. Geht das überhaupt? Das ist doof. Dufe Kiste. Ich mag die Kiste nicht. Diesen... Das ist ein Mobber. Das ist voll die Mobbing... Uuuh! Mobbingkiste. Autsch. Hilfe. Ich will mich angreifen. Ich hab nichts gesagt. Ich war es nicht. Voll die Mobbingkiste. Ich habe rausgeglitscht. Sauerei. Kommst du hier? Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Okay. Was haben wir? Diese Kuppeln hier. Können wir die auch machen eigentlich? Die können wir nicht machen, ne? Scan die. Scan die. Nee. Okay, wir gehen mal eins runter. Hallo. Hör auf, auf hinzuzugehen. Bitte, von was ist mein Inventar? Uh. Ähm. Ja. Ich bin drauf voll. Nicht so gut. Ähm. Ich sehe gerade die Folge ist zu Ende. Aber das macht nix. Wir sehen uns dann. Oh, ich liegt noch ein PDA. Ah. Mein Schiff. Ich bin drauf. Nein. Vogelang. Aha, das heißt Eine Söldnerin Aha, unter Wasser Ach krass Das heißt, sie sind ja nach Unterfassen gemacht